Musik Musik Moment Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein wichtiger Helfer bei so einem Fest ist natürlich die Freiwillige Feuerwehr Blachau Auch hier ein herzliches Besuch und ein herzliches Dankeschön unter Ihrem Ortsfeuer der Kommandanten Christian Lackner Wir begrüßen die Bergrettung Flachau unter Ihrem Ortsstellenleiter Lukas Berner Herzlich willkommen dem Heimatverein Chris Chorecker mit ihrem Obmann Hannes Winter Der Kirchenchor Flachau mit ihrer Chorleiterin Maria Oberreiter Herzlich willkommen Oberrauer, Entschuldigung, Oberrauer Die Trachtenfrauen aus Flachau unter ihrer Obfrau Elke Schörkhofer Und den Ortsverein schließt ab Die Jagdhornbläser 1 Ursprung mit ihrem Hornmeister Otto Burböck Mit dem Marsch Hopper Jäger gibt uns die Ehre Die Budemusikkapelle Mautandor, gegründet 1806 Obmann Bernhard Stocker, Kapellmeister Günther Pinkel, Stafirma Markus Berndt Herzlich willkommen unsere Freunde aus dem Lungau aus Mautandor Ihnen folgt die historische Bürgergabe Mautandor unter Ihrem Hauptmann Juchreiner und Hauptmann Gerhard Hangermann Herzlich willkommen hier bei uns in Wachau Mit ihrem Hauptmann Paul Rest und ihrem Obmann Sepp Kirtner Sie ist der erste Prangerschützenverein in der Gebär Ihnen folgt die Altprachtengruppe aus Mautandor Mit Obfrau Gertraud Wiernsberger Hier sich zum Ziel gesetzt haben, alte Prachten und Traditionen zu pflegen Und wir haben beim Festakt oder nach dem Festakt schon bewundern dürfen Der Samson aus Mautandor 5,3 Meter hoch, 78 Kilo Schwa Obmann der Gruppe ist Christian Wiernsberger Der gleichzeitig auch der Samson-Träger ist Herzlich willkommen hier bei uns in Pongau Applaus 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 Eben folgen wie so oft die historischen Strucker Schützen aus Haltenbach Hauptmann und Ortmann Franz Pritzenwanger Das ist die größte Schützenkompanie des Pongaus Heute auf der Kompanie bei diesem Festakt Die Ehrendame ist Martina Schiefer Augenhöhe Von damals gruppe Selbstwert 念 Should Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wir bedanken uns nochmal bei den historischen Strucker Schützen Altenmarkt, bei der Ehrenkompanie des heutigen Tages. Für diese Ehrensalven und wünschen für die Zukunft natürlich auch alles, alles erdenklich Gute. Das Ganze marschiert im Schriftmarsch. Das Ganze marschiert im Schiff. 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Applaus 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 Im Anschluss aus der Steiermark die Brennerschützen aus Kallmann, mit ihr Ehrendame Pissl-Diobel, Hauptmann Peter Hussecker und Hauptmann Andreas Binsker. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020